Wir vornahend sitzen, muss krochen, muss blitzen. Ja, sicher ist eine Lernbelästigung. Also ich höre das, wie laut das ist. Das ist harmlos jetzt, aber da brüts die Scheiben, die Fensterscheiben brüts. Das Geile an der Förster ist, dass es gratis Eintritt ist und gratis Kämpfung. Das ist nirgends, nirgends. Ich kann mich erinnern, dass sie sich irgendwann aufgewacht, irgendwo in Gold haben. Und haben uns gedacht, hey, scheiße, stark war's. Und dann schmeißt du uns hin und dann landst du auch wieder. Völlig fertig, schau, wie wir deine Augen so. Du bist die Liebe, du bist die Liebe.